Herzlich willkommen zu unserer Info-Veranstaltung heute. Ich gehe im Ausland. Wir haben einige Leute online, also auch hier in dem Hörsaal. Wir haben auch den Glück, dass wir ein paar Leute vom International Students Office heute Abend haben. Das werden Informationen geben zu ihrem verschiedenen Teil. Und ich werde am Ende auch präsentieren, von dem sich, von der Fakultät von Informatik. So, was werden wir heute besprechen? Nicht nur die Willkommen, aber auch ein bisschen, wie man den verschiedenen Weg, dass man in den Ausland geht. Wie ich habe erwähnt, wir haben einige Leute vom International Students Office. Und ganz am Ende werden wir alle Fragen antworten. Stattdessen, dass wir nach Double Master oder Erasmus oder Interact Fragen antworten, werden wir das am Ende einfach. auf der Seite zu bleiben, dass es nicht so lange dauert heute Abend. Aber Sie können gerne die, das sind online schon Fragen stellen, online. Wir werden das einfach am Ende antworten. So einfach, dass sie weiß Bescheid. Wie gesagt, es gibt mehrere Wege, im Ausland zu gehen. Wenn, da waren ein paar Leute, das hat noch nicht unsere Webseite besucht, empfehlungswert, das zu besuchen, zu lesen, die Information auf das. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Deshalb, es lohnt sich, da hinzugehen. Und wir haben auch Links zu den International Students Webseiten, wo man auch auf Weitere Informationen suchen kann. Aber so ein kleines Überblick. Wir haben die Double Master Programme, wir haben Übersee, das können DAAD, Baden-Württemberg Programme. Es gibt Eukor, Internship, Erasmus Plus und von unserer Fakultät auch in der Aft. Warum geht man im Ausland? Warum lohnt sich das? Ich glaube, jede Person kann schon für akademische Gründe, soziale Einbindung. Es gibt so viele Gründe, das zu machen, auch für die Zukunft, für die Arbeitswelt etc., dass man hat schon etwas gemacht. Wir können es nur empfehlen, auch die soziale Einbindung, das man macht im Ausland, bringt viel. Ich werde zu Frau Goethe die Information über Double Master geben. Dankeschön, Christine. Also mein Name ist Johanna Goethe, wer möchte noch nicht kennt, ich leite den Informatikstudiengangsservice hier an der Fakultät. Mein Team und ich sind für Sie als Studierende in allen Angelegenheiten, was das Studium betrifft, da. Unter anderem auch natürlich für ein Auslandssemester. Ich kann Sie nur ermutigen, so wie Frau Glaubis gesagt hat, geht raus. Es ist eine große Hürde, das Ganze zu organisieren, aber es lohnt sich, unabhängig jetzt davon, ob man jetzt irgendwelche Credits anerkannt bekommt oder nicht. Die Erfahrung an sich ist lohnenswert. Genau, heute bin ich da, um ein paar Worte über das Doppelmaster-Programm zu sagen. Wir haben einen Doppelmaster-Abschluss mit Grenoble. Man sieht ja, es ist ein bisschen weiter weg, aber es gibt eine direkte Verbindung mit dem Zug. Mit dem TGV ist man in weniger Stunden dort, also von daher doch auch nicht so weit weg. Der Vorteil hier ist, das Studium kann in Frankreich komplett auf Englisch absolviert werden. Das heißt, man sollte auf jeden Fall Grundkenntnisse in Französisch mitbringen, weil kulturell bedingt sind die Franzosen halt so, dass die die Vorlesung auf Englisch halten. Aber wenn es eine Frage drumherum um die Organisation geht, dann switchen sie relativ schnell auf Französisch. Insofern auf jeden Fall B1 mitbringen und alles andere kann man dann aufbauen. Wie sieht das Ganze aus? Also für diejenigen, die sich dafür entscheiden, man startet am KIT. Je nachdem, ob man im Wintersemester das Masterstudium aufnimmt oder im Sommersemester, studiert man ein Jahr oder anderthalb, also drei Semester hier und geht anschließend nach Grenoble. Nach Grenoble kann man nur zum Wintersemester gehen und absolviert je nach gewählten Vertiefungsfach in Grenoble, also die Hälfte des Studiums am KIT und die andere Hälfte in Grenoble. Ich sage ja je nach Vertiefungsrichtung in Grenoble, weil es hängt davon ab, was für eine Vertiefungsrichtung man wählt und entsprechend was man hier am KIT anerkennen kann. Das Gute an den Double Degree ist es, dass wir garantieren, dass man 60 Credit Points anerkennen, sprich 30 Credit Points aus Prüfungen und 30 Credit Points die Masterarbeit. Es könnte sein, dass, also wenn Sie dann überlegen, würden Sie dann zu mir kommen, dann setzen wir uns zusammen und wir sagen, okay, Sie haben ja die Vertiefungsrichtung gewählt, also müssen Sie hier bei uns auf jeden Fall die Stammodule in dem ersten Jahr machen und Sie müssen das Ergänzungsfach machen und ein Seminar, vielleicht noch ein Praktikum und alles, was Vertiefung ist, können wir vielleicht aus Frankreich mitbringen. Oder es kann aber auch passieren, dass ich sage, okay, das Ergänzungsfach muss gemacht werden, weil Sie bringen eben aus Frankreich hauptsächlich Vertiefungen mit oder Vorlesungen, die in ein oder zwei Vertiefungsfächer anerkannt werden können. Also es ist sehr individuell, es hängt immer davon ab, was man da wählt und das planen wir aber immer zum Beginn Ihres Masterstudiums. Es ist aber nicht ausgeschlossen, wenn Sie sich bereits im Master befinden und überlegen jetzt, in den Ausland zu gehen. Sie haben aber schon ein Semester studiert und Sie sagen, ach, aber es klingt doch eigentlich toll. Kommen Sie zu mir, wir setzen uns zusammen und schauen, ob das für Sie noch attraktiv ist oder machbar ist. Ich habe ja noch geschrieben, gegebenenfalls weitere Semester im Karité, nicht erschrecken lassen. Dennoch, Sie wissen ja, wie es bei uns ist, wir sind ja nicht so starr auf die vier Semester fokussiert, sondern wir sagen, die Studierenden sollen die Möglichkeit und sollen die Möglichkeit nutzen, weitere Erfahrungen zu sammeln. Also uns kommt es nicht darauf an, dass sie im vier Semester fertig werden, uns kommt es darauf an, dass sie erfolgreich werden und dass sie auch Spaß am Studium haben. Das bedeutet, wenn Sie jetzt aber feststellen, nach einem Jahr hier am KIT habe ich jetzt aber nur 30 Credit Points, jetzt gehe ich ja nach Grenoble. Dann mache ich meine 60, weil dort das Studium doch deutlich geschulter ist. Dann komme ich einfach zurück und mache die restlichen Credits. Also auch das kein Beinbruch. Gut, das sind ja ein bisschen so eine grobe Übersicht, die Vertiefungsrichtung, die Grenoble anbietet. Das heißt, man kann sich jetzt ein bisschen eins von denen aussuchen. Man sieht ja so ein bisschen oben, denn zum Beispiel sowas wie Data Science und Artificial Intelligence könnte man bei uns in ein oder in zwei Vertiefungsfächer dann teilen. Wenn man sich sowas raussucht wie Operations Research, Combinatorics and Optimization, das fällt eher in so Richtung Vertiefungsfach und Ergänzungsfach. Das heißt, man würde sich am KIT auf die Vertiefungsfächer konzentrieren und würde das Ergänzungsfach aus Grenoble mitbringen. Also wie gesagt, je nachdem, was für eine Vertiefung, was für Interesse Sie haben, würden wir Ihren Studienplan hier am KIT in die eine oder andere Richtung gestalten. Was ist der Vorteil des Doppelmastersprogramms gegenüber anderen Programme? Sie bekommen eine doppelte finanzielle Unterstützung, nämlich sowohl von der Deutsch-Französischen Hochschule als auch von Erasmus. Von der DEFA sind es ein bisschen mehr als 300 Euro im Monat plus eben die Erasmus-Förderung. Da kriegen Sie die Details gleich nochmal erklärt. Sie müssen am KIT immatrikuliert werden, das heißt, Sie benötigen eine Zulassung für den Master. Sie werden sich parallel dazu an Grenoble immatrikulieren, das aber nur bevor die Auslandsphase startet. Und Sie müssen sich bei der DEFA immatrikulieren. DEFA ist eine, es nennt sich zwar Hochschule, aber es ist im Prinzip eine Organisation, die nichts anderes macht als Stipendien im Rahmen dieser deutsch-französischen Kooperationen. Vergibt. Sie bekommen eine sehr enge Betreuung in Frankreich, zum Beispiel Hilfe bei der Wohnungssuche. Da gibt es ja zum Teil auch Kontingente. Also das kann ich auf jeden Fall garantieren. Je nachdem, gibt es auch am KIT noch Vorbereitungen durch DEFI, das ist unsere deutsch-französische Initiative. Da gibt es regelmäßige Treffen, entweder mit anderen Studierenden, die aus Frankreich zu uns kommen, im Rahmen von unserem Doppelmaster oder von anderen Doppelmasters. Also das KIT gibt es ja in unterschiedlichen Studiengängen, diese Kooperation mit unterschiedlichen Unis in Frankreich. Sprache, habe ich ja kurz gesagt, also B1 sollten Sie haben. Wenn Sie es nicht haben, dann starten Sie jetzt mal damit mit Französisch an. Sprachenzentrum hat ja Sprachkurse. Sobald Sie eben als Doppelstudierende im Artikel bei der DFA sind, bekommen Sie auch von dort Angebote. Die sind kostenlos dann für Sie, Ihre Sprache zu verbessern. Und je nach Kapazität hat bitte DEFI auch spezielle Sprachkurse für die Double-Degree-Studierende an. Und für diejenigen, die noch mehr Interesse haben, beziehungsweise mit anderen Studierenden sich austauschen möchten, es gibt die Alumni-Verein, das ist außerhalb vom KIT, außerhalb von Grenormel. Da haben einfach Studierende, die das Programm abgeschlossen haben, sich zusammengetan und haben einen Alumni-Verein gegründet, wo jeder, der an dem Programm teilnimmt, sobald sozusagen feststeht, dass man am Programm teilnimmt, kann man sich einfach in den Mail-Verteiler rein aufnehmen und da machen Sie Exkursionen und Grillen und was auch immer. Fazit ist es, wenn Sie Interesse haben, dann einfach eine E-Mail an dieberatung-informatik schicken. Am besten schicken Sie mir gleich einen Bachelor-Noten-Auszug mit. Für Sie ist es relativ straight on. Wir wissen, dass Sie zum Master zugelassen werden. Von außerhalb ist es nicht immer eindeutig. Wann man sich überhaupt meldet bei mir, am besten in der letzten oder vorletzten Bachelor-Semester. Das ist dann immer eine gute Planung. Dann weiß ich auch ungefähr, wie viele Bewerber, wie viele Interessenten es sind. Wir schicken ungefähr drei bis fünf Studierenden Ausland pro Jahr nach Grenoble. Deswegen, wenn ich Bescheid weiß, Sie möchten sich bewerben, dann ist es vom Vorteil. Wenn Sie aber, wie gesagt, das Master schon angefangen haben und Sie sagen, oh, ups, jetzt fällt mir auf, das wäre für mich auch interessant, dann auch dann kontaktieren Sie mich, je nachdem, was Sie bereits gemacht haben oder nicht gemacht haben, könnte man auch schauen, ob das für Sie relevant ist oder nicht. Weitere Informationen gerne auf unserer Webseite. Das sind die Vertiefungsfächer, die ich vorhin aufgelistet habe, auch dort. Was Sie machen sollten, falls wir, also zuerst vereinbaren Sie einen Termin mit mir. Dann setzen wir uns zusammen und schauen, wie es aussieht. Und wenn wir der Meinung sind, das passt für Sie, dann schicken Sie mir eine offizielle Bewerbung auf Französisch. Diese Bewerbung wird an unseren Kooperationspartner in Frankreich geschickt, weil nämlich nicht nur wir als Fakultät, sondern auch Frankreich muss zustimmen, da Sie am Programm teilnehmen. Vorstellungsgespräch bedeutet das Gespräch mit mir. In der Regel Sparkennnisse, glaube ich, Ihnen, wenn Sie mir ein Zertifikat zeigen. Es kann mal passieren, dass die in Grenoble vielleicht mal mit Ihnen ein Interview machen, ist es aber eher selten. Also da braucht man keine Angst haben. Genau. Ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf viele Interessenten. Ich bin anschließend bei der Fragerunde online dabei. Sofern es noch Fragen sind, kann ich sie gerne nachher beantworten. Vielen Dank. Ich wollte nur eine andere Sache sagen zu Double Master. Frau Geder hat gesagt, die Finanzierung geht über beide. Das Double Master Programm ist auch Erasmus. Aber man muss für Erasmus bewerben, die Finanzierung zu bekommen. Und wenn man verpasst das oder nicht das mache, dann leider bekommt man das nicht. Man muss das merken, dass sie, sie muss dann für zwei Sachen bewerben, Erasmus als auch Double Master die Finanzierung zu bekommen. Wo das nur ist, dass man hat das im Black. Vielen Dank. 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 So, hallo alle zusammen. Aufenthalt zu machen. Zuerst habe ich euch eine Karte mitgebracht, wo ihr überall hingehen könnt. Wie ihr seht, eigentlich hat das KIT auf der ganzen Welt Partner-Unis von Nord- bis Südamerika, viele auch in Asien. Also gerade in Ost-China und Japan sind so viele, dass die Icons sich überlappen, das sind noch mal mehr als man da eigentlich sieht. Aber auch nach Indien oder auch nach Indien oder Mexiko, ihr könnt, ihr könnt eigentlich überall hingehen und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht bei den Grünen, ihr seht bei den Grünen, ihr seht bei den Grünen, also in den USA, das sind sogenannte Landesprogramme. Es gibt zwei unterschiedliche Arten, es gibt zwei unterschiedliche Kooperationen, es gibt einmal die Direktkooperationen mit gewissen Universitäten und Landesprogramme, wo ihr euch auf eine bestimmte Region in Nordamerika bewerben könnt und dort dann individuell in dieser Region an einer Uni platziert werdet. Ihr euch aber nicht direkt an der Uni bewerbt, sozusagen. Wir bieten zum einen die Vermittlung, wir stellen den Austauschplatz und bieten euch Unterstützung auf dem ganzen Weg, also von der Bewerbung bis hin zu der Planung, die Bewerbung an der Partnerhochschule, dann wenn ihr vor Ort seid, aber auch wenn ihr wieder zurück seid. Wir unterstützen den gesamten Prozess und sind immer für jede Frage eigentlich da und versuchen euch zu helfen. Dann, was auch noch ganz interessant ist, im Gegensatz zu Erasmus, ist es so, dass alle Studierenden vom KIT sich bei uns bewerben können und werden in einen Pool sozusagen geschmissen. Ihr bewerbt euch nicht bei der Fachschaft, Fakultät, sondern am Isto direkt und das gilt eben für alle Studis am KIT. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ein Semester oder ein ganzes Jahr im Ausland studieren wollt. Je nachdem müsst ihr dann auch eure Bewerbung aufbauen. Es gibt aber beide Möglichkeiten. Wenn ihr ein Jahr geht, ist es eher üblich, dass ihr im Wintersemester geht und bis zum Sommersemester bleibt, weil so die Fristen immer sind. Ansonsten wird es komplizierter. Geht auch, aber würde ich jetzt mal nicht empfehlen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ihr seid während dem gesamten Auslandsaufenthalt am KIT eingeschrieben. Das bedeutet, ihr zahlt auch hier Semestergebühren und spart euch somit bis zu 20.000 Euro im Jahr Gebühren, die ihr an der ausländischen Partner-Uni hättet. Und wenn ihr einen Platz bekommt, um im Ausland zu studieren, kommt es nicht automatisch mit dem Stipendium, sondern ihr müsstet euch extra auf ein Stipendium bewerben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch vom Isto angeboten werden. Da gibt es sowas wie das Baden-Württemberg-Stipendium oder Promos oder auch das Fullpride-Stipendium. Aber da informieren wir auch drüber und da könnt ihr euch auf jeden Fall bewerben. Ich hoffe mal nicht, dass es an den Finanzen scheitern wird am Ende. Und genau, der letzte Punkt ist auch noch, dass ihr euch gleichzeitig auf verschiedene Programme bewerben könnt. Ihr könnt euch auf verschiedene Direktkooperationen auf der ganzen Welt bewerben, gleichzeitig aber auch für ein Landesprogramm in Nordamerika zum Beispiel. Das läuft alles über ein Portal, über eine Bewerbung und ist gleichzeitig möglich. So, um euch zu bewerben, müsst ihr eigentlich nur zwei Sachen mitbringen. Ich denke mal, das habt ihr alle. Einmal müsst ihr am KIT matrikuliert sein und im zweiten Studiensemester Bachelor sein, zu dem Punkt, an dem ihr euch bewerbt. So, kommen wir mal zu den Fristen. Wir haben das aufgeteilt in Übersee-Süd und Übersee-Nord. Aufgeteilt einfach von, wo die Unis liegen, also wo die Länder liegen. Einmal Südhalbkugel, einmal Nordhalbkugel. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, 10. Juni 2024 klingt weit weg, ist es aber gar nicht. Ich zeige euch gleich auch noch so einen kleinen Zeitplan, was ihr wann ungefähr machen müsstet. Und ich sage es euch, das lohnt sich auf jeden Fall jetzt schon mal, sich darüber zu informieren, ob man das möchte und gegebenenfalls auch den Aufenthalt vorzubereiten. Wenn ihr euch für Übersee-Süd entscheidet und die Bewerbungsfrist am 10. Juni 2024 ist, bedeutet das, ihr könntet ins Ausland im Kalenderjahr 2025 gehen. Das bedeutet im Sommersemester 2025 oder Wintersemester 2025, 2026. Wenn ihr aber euch für Übersee-Nord bewerbt, ist die Bewerbungsfrist im September. Und dann könnt ihr im akademischen Jahr gehen. Das bedeutet Wintersemester 2025, 2026 oder Sommersemester 2026. Da ist ein kleiner Unterschied. Bedenkt das, je nachdem, wann ihr gehen wollt und wo ihr auch hingehen wollt. Und die Bewerbung findet bei uns am Isto statt, online. Da müsst ihr nichts irgendwie in Papier einreichen. So, dann, welche Unterlagen braucht ihr? Einmal ein Motivationsschreiben, wo ihr einfach kurz erklärt, warum ihr ins Ausland wollt, wo ihr hin wollt, was eure Motivation eben ist. Dann ein Lebenslauf und einen Notenauszug über das gesamte Studium. Also, falls ihr ein Master seid, denkt bitte dran, euren Bachelor-Notenauszug auch mitzuschicken. Egal, an welche Uni ihr den Bachelor gemacht habt. Das ist sehr wichtig. Denkt bitte dran. Und dann natürlich noch Sprachnachweise. Einmal den Englisch-Nachweis, wenn ihr auf Englisch studieren wollt. Und gegebenenfalls auch von der Landessprache, je nach dem Land, in welches ihr eben gehen wollt. Für manche Länder braucht ihr auch noch Empfehlungsschreiben. Es kommt immer aufs Land an. Da gibt es eine ausführliche Tabelle auf unserer Website, wo ihr das für jedes Land nachlesen könnt. Ihr braucht nie mehr als zwei, also es ist immer null bis zwei, akademische Empfehlungsschreiben. Und für die Landesprogramme braucht ihr zusätzlich zu den zwei akademischen Empfehlungsschreiben, die ihr von Profs bekommt, auch noch ein außerfachliches Empfehlungsschreiben. So, dann kommen wir jetzt zu den Sprachvoraussetzungen. Ich denke mal, für die meisten wird es wichtigster Englisch sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Töffeltest oder das DAD-Sprachzertifikat. Das variiert je nach Partnerhochschule, welches von beiden ihr da braucht. Erfahrungsgemäß sind die Unis in Asien, wollen die meistens eher einen Töffel. Aber auch da gilt, guckt es einfach auf der Website nach, an welche Uni ihr wollt, was für ein Sprachzertifikat die einfordern. Und je nachdem könnt ihr dann euren Sprachtest ablegen. Vom Niveau her erwarten die meistens Englisch so ein B2-Level oder dann eben im Töffel. Da gibt es maximal 120 Punkte zwischen 79 und 100 Punkten. Das entspricht aber circa dem B2-Level. Für die Unis in Südamerika, falls da jemand Interesse hat, wird meistens Spanisch oder Portugiesisch vorausgesetzt, je nach Land. Und auch da gilt meistens B1 bis B2-Minimum, die ihr braucht an Spanischkenntnissen. Das variiert aber auch wieder je nach Partnerhochschule natürlich. Falls ihr nur englischsprachige Kurse belegt, braucht ihr eigentlich keine andere Sprache nachgewiesen. Es sei denn, ihr wollt eben in der Landessprache auch Kurse belegen, dann braucht ihr dafür auch einen Nachweis. Aber an jeder Partnerhochschule könnt ihr auch Kurse auf Englisch belegen. So, dann habe ich euch hier einen kleinen Zeitplan mitgebracht, wie das Zilka aufgebaut werden sollte. Ihr befindet euch jetzt ganz, ganz vorne, wo ihr euch erstmal informiert. Da einmal natürlich in Infoveranstaltungen kommen oder auch mal die Webseite durchlesen. Und anhand von den Informationen, die ihr dann bekommt, könnt ihr eure Wünsche formulieren. Wann wollt ihr gehen? Wohin wollt ihr gehen? Gibt es irgendwelche bestimmte Regionen, wo ihr unbedingt hin wollt? Wie wollt ihr das Ganze finanzieren? Aber auch, wann sind die Fristen, zu denen ihr euch bewerben müsst? Denn, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, der wahrscheinlich am meisten Zeit braucht. Da geht es einmal darum, die Sprachkenntnisse zu verbessern, aufzufrischen und auch Empfehlungsschreiben einzuholen. Macht das lieber früher als später. Die Profs, das ist nicht in ihrer Priorität, euch diese Schreiben auszustellen. Und das wäre schade, wenn es am Ende knapp wird. Also kümmert euch darum lieber früher als später. Die meisten haben zwischen ein und drei Monate, die die für so ein Schreiben brauchen. Also bedenkt das, falls ihr euch bewerben wollt und fragt die früh genug an. Genau, dann eigentlich kurz vor der Bewerbung macht ihr euch noch eure restlichen Unterlagen fertig. Da schreibt ihr dann eure Motivationsschreiben, hübsch steuern Lebenslauf nochmal auf. Und dann könnt ihr euch bei uns bewerben über das Bewerbungsportal. Das wird dann freigeschaltet, immer zum 10. Juni oder 10. September eben. So, wenn ihr euch dafür interessiert und gerne ein Auslandssemester über sie machen möchtet, könnt ihr auch gerne nochmal zu uns in eine spezielle Infoveranstaltung kommen, wo ihr dann nochmal alle Fragen stellen könnt. Auch nochmal persönliche Fragen könnt ihr auch jetzt am Ende machen. Aber gerne seid ihr auch herzlich eingeladen, hier zu den Nächsten zu kommen. Die sind einmal am 16. November und am 5. November. Alle Infos und Termine findet ihr auch auf unserer Website. So, das waren jetzt erstmal die Übersee-Aufenthalte zum Studieren. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz das Minternship vorstellen. Bei Minternship, das sind sogenannte Forschungsaufenthalte in den USA. Nämlich in North Carolina, in Charlotte, an der UNC. Genauer gesagt an dem EPIC Center, Energy Production and Infrastructure Center. Und hier könnt ihr, also es geht um Forschung. Und hier könnt ihr sehen, welche, habe ich ein paar Beispiele gebracht, welche Themen da hinten, alle sind glaube ich von diesem Jahr, also letztes Semester, die da geforscht wurden. Das sind ein paar Beispiele. So, für wen ist dieses Programm überhaupt? Ihr müsst mindestens im vierten Studiensemester sein, zu dem Zeitpunkt, an dem ihr den Forschungsaufenthalte machen wollt. Zusätzlich ist es auch wichtig, dass euer Studium irgendeine Art Bezug zum Thema Energieforschung hat. In den aufgezählten Studiengängen hier ist jetzt Informatik nicht mehr drin, aber es ist gerade auch im Gespräch, da werden immer neue Themen veröffentlicht und es sind auch gerade welche im Gespräch mit Informatik, aber dazu habe ich jetzt leider keine näheren Informationen. Aber schaut da einfach auf der Webseite nach, da werden die ganzen Themen veröffentlicht und wenn euch da was interessiert, könnt ihr euch darauf auf jeden Fall bewerben. Das Ganze findet immer von April bis September statt, also sechs Monate und bewerben müsst ihr euch dafür jetzt, also falls ihr im Sommersemester 24 gehen wollt, jetzt am 27. November ist die Frist. Ansonsten gilt es eben immer, circa Oktober, November ist die Frist und dann kann man im nächsten Sommersemester auch gehen. Finanziell sieht das so aus, dass ihr mindestens 865 Euro monatlich bekommt. Das wird auch gerade diskutiert, ob es noch mehr wird. Plus einmalig 1500 Euro Reisekostenpauschale für eben alles mögliche, was nur einmal anfällt, wie eben einen Flug zum Beispiel. Genau, ansonsten werdet ihr einmal vom KIT, aber auch von der UNCC betreut, werden Freizeitaktivitäten organisiert, der ganze Prozess der Bewerbung und auch vor Ort wird sozusagen unterstützt von beiden Seiten. Genau. Jetzt noch zum Münchenship inklusiv. Das richtet sich an alle Studis, die irgendeine Art von Beeinträchtigung haben. Die bekommen nochmal eine besondere Unterstützung bei der Wohnungssuche auf dem Campus, um eben die Wege kurz zu halten und werden nochmal persönlich betreut, kriegen ein individuelles Coaching, wenn sie das möchten, je nach Bedarf. Es wird auf jeden Fall angeboten und je nach Beeinträchtigung auch nochmal ein höheres finanzielles Stipendium. Das wird dann auch immer individuell geschaut. Einfach, dass ihr das wisst, dass es das gibt und auch gern gesehen ist, falls ihr euch dafür interessiert oder Freunde habt. Genau. Wie schon gesagt, alle Themen sind auf der Mentorship-Webseite ausgeschrieben, wurden jetzt auch, glaube ich, erst nochmal neu hinzugefügt. Schaut da gerne rein. Hier seht ihr, was ihr alles für die Bewerbung sozusagen braucht. Und je nach individueller Absprache ist es auch möglich, eine Abschlussarbeit in diesem Rahmen anzufertigen oder das auch als Pflichtpraktikum anerkennen zu lassen. Da müsst ihr aber immer mit eurem speziellen Fachkoordinator euch absprechen oder mit der Fakultät eben. Die können euch da weiterhelfen. Im zweiten Fall auch einfach mit dem Prüfungsamt, ob das für euch in Frage kommt. Genau. Hier habe ich euch noch ein paar Impressionen mitgebracht. Und ansonsten danke, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr kommt alle noch in den Veranstaltungen vom Isto. Dankeschön. Schönen guten Abend auch von mir. Ja, ich passt jetzt gerade wunderbar, weil gerade du ja schon gesagt hast, dass da Abschlussarbeiten auch je nachdem gefördert werden könnten. Von daher passt das jetzt gerade super zu Interact. Denn Interact ist ein bisschen ein klein bisschen oder ein etwas anderes Programm, da wir nur Abschlussarbeiten fördern in Interact. Und wir fördern auch nur Masterabschlussarbeiten. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich, ich war ein bisschen spät, sind einige von Ihnen, hoffe ich, auch schon im Master? Oder sind Sie alle Bachelor? Wenn ich jetzt hier nur nach dem Aussehen gehe, werde ich wahrscheinlich rausgeworfen. Also von daher, wie gesagt, wir richten uns an Masterstudierende. Und das sind unsere Partneruniversitäten. Also ich denke mal, lesen können Sie ja wahrscheinlich alle, gehe ich jetzt mal von aus. Sie sehen ja, wer da alles dabei ist. Also wir haben Universitäten in den USA mit dabei, in Australien und in Asien. Das wären jetzt natürlich, das wären ja so die Interessanten eigentlich für Sie. Ich habe die ja nochmal aufgelistet, für die, die jetzt vielleicht nicht so schnell da mitlesen konnten. Also die, Sie sehen ja, wir haben also, und das sind alles Universitäten, mit denen das KIT auch schon lange zusammenarbeitet und mit denen wir auch schon lange einen Austausch haben. Und ich sage mal, wir arbeiten jetzt vor allen Dingen im Bereich der Informatik zusammen. Und das sind ja alles, ich meine, das sehen Sie wahrscheinlich auch an den Namen jetzt schon, ja, jetzt so die Top-Universitäten im Bereich Informatik, die wir da mit dabei haben. Ich kann Ihnen nicht kurz, also die Historie, die muss ich Ihnen jetzt einmal kurz noch erzählen. Also weil da kommen auch immer wieder so ein bisschen, also ich sage das immer wieder, weil das Ganze hat bilateral angefangen. Also Professor Weibel hatte halt zwei Lehrstühle, einen an der Carnegie Mellon-Universität und einen in Karlsruhe. Die hat er bis heute noch. Und da gab es halt damals schon eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Karlsruhe und der Carnegie Mellon schon immer. Und dann hat man irgendwann vom Land Baden-Württemberg gesagt, lasst auf irgendwie offizielle Füße stellen. Dann wurde InterEc gegründet und dann kamen immer mehr Stipendiaten oder immer mehr Kandidaten, immer mehr Universitäten dazu. Und jetzt komme ich dahin zurück, denn es sind immer wieder, dass mich viele Studierende fragen, ja, da muss ja bei Herrn Weibel die Arbeit schreiben, oder? Können Sie natürlich gern, müssen Sie aber nicht. Also Sie haben, kommt auch gleich noch, wir haben mittlerweile sehr viele Professoren mit dabei. Also wir haben jetzt über 100 Professoren, die mittlerweile in InterEc zusammenarbeiten. Und ich sage es gleich noch mal, wir freuen uns natürlich, Herr Weibel freut sich, aber selbst das schafft er dann auch nicht, so viele Studierende da zu betreuen. Suchen Sie sich Ihren Professor hier in Karlsruhe oder Ihre Professorin aus und hängen Sie da nicht am Herrn Weibel oder an der Vorstellung fest, da muss ich aber zu ihm. Ich sage mal, der Studierendenaustausch ist auch nur ein Teil von InterEc. Also wir haben auch gemeinsame Projekte, die wir beantragen. Deswegen war ich jetzt auch gerade wieder so spät, weil wir gerade nur Projekte beantragen, da wieder haufenweise Deadlines sind. Denn ehrlich gesagt, irgendwo muss halt auch das Geld für InterEc herkommen. Deswegen machen wir auch so Präsidiumstreffen, also Treffen von den Präsidenten. Denn wenn da die Präsidenten nicht dahinterstehen, kriegen wir kein Geld. Und wenn wir kein Geld haben, können wir sie natürlich auch nirgendwo hinschicken. Und deswegen ist uns das auch immer wichtig zu sagen, wir machen nicht nur diesen Austausch, sondern da hängt halt oft auch immer noch viel mit dran, weil, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, wenn da die Universitäten nicht dahinterstehen, gibt es kein Geld. Und dann brauche ich Ihnen nicht sagen, dass das schwierig ist mit dem Austausch dann. Wir haben bisher ungefähr, also wir sind ein relativ kleines Programm im Grunde. Also wir schicken so jedes Jahr fünf bis sechs Studierende weg ins Ausland. Also wir haben bisher ungefähr 210 Austauschstudierende gefördert, seitdem es uns gibt. Und wie gesagt, es geht also darum, dass Sie am Ende Ihres Studiums die Masterarbeit im Ausland schreiben. Und der Vorteil für Sie dabei ist eben auch, Sie würden dann mit mir zusammen vorherstellen, Sie das Ganze schon auf die Beine. Also Sie kämen, das wäre jetzt auch wichtig. Ich freue mich über jeden von Ihnen, der kommt, also der zu mir kommt, der mir eine E-Mail schreibt, der mich anruft oder einfach im Büro vorbeikommt. Und dann würden wir zusammen überlegen, wie wir das dann auf die Beine stellen können. Wichtig wäre, dass Sie hier am KIT einen betreuenden Professor haben. Und das ist uns auch immer ganz wichtig, dass das auch wirklich ein Professor ist, wo Sie unbedingt hinwollen. Wenn der noch nie jemanden oder diejenige noch nie jemanden mit Interact weggeschickt hat, dann ist das halt so. Aber dann stellen wir da einen Kontakt, bauen wir auf. Denn ich persönlich bin der Meinung, Ihre Masterarbeit wird nur gut, wenn Sie da auch Spaß dran haben. Und Sie müssen sich da monatelang mit beschäftigen. Nur dann klappt das. Und dann finden wir auch hier einen betreuenden Professor in Karlsruhe. Und wenn der dann noch keine Kontakte ins Ausland hat, kann ja mal sein, dann suchen wir die gemeinsam. Wir haben an jeder Partner-Universität, die Sie vorhin gesehen haben, haben wir jeweils sowohl ein Sekretariat als auch einen zuständigen Professor. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt hier bei einem ganz neuen, jungen Professor am KIT Ihre Masterarbeit schreiben, der dann sagt, Interact habe ich nie gehört, dann würde ich mich mit dem zusammensetzen. Und dann gucken wir, dass wir mit Ihnen gemeinsam dann eben auch einen Kontaktpartner an der Universität finden. Also deswegen ist es uns immer ganz wichtig, dass Sie wirklich Ihren Professor hier am KIT haben, wo Sie sagen, ja, da passe ich hin. Und da will ich jetzt auch dann eben schreiben. Und dann finden wir bisher, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben jedes Mal jetzt einen Professor gefunden, braucht halt manchmal ein bisschen, will ich jetzt auch zugeben, aber ist nun mal so. Von daher braucht ein bisschen, käme ich zu den Fristen. Also was wir von Ihnen bräuchten. Also ich sage mal, bei uns ist der Vorteil, wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Stipendiaten, die wir wegschicken, die können wir dann natürlich auch sehr liebevoll behätscheln. Und also jetzt, wenn Sie jetzt sagen wir mal im Herbst 24, also ungefähr in einem Jahr los wollten, dann wäre die Deadline im Juni 24. Da wir, der Vorteil bei uns eben ist praktisch, wenn Sie sich dann bewerben, dann steht ja schon mehr oder weniger alles. Dann haben Sie Ihren Professor hier und dann haben Sie den Professor an der Partneruniversität. Und im Grunde das Einzige, was da noch fehlt, ist die Zusage von Interact, dass Sie ein Stipendium bekommen und diese lästige Sache mit dem Visum. Aber ich sage mal, Visum geht eigentlich auch relativ gut, weil wir eben überall diese Kontaktbüros haben an jeder Partneruni und die uns dann eben auch dabei helfen, uns und Ihnen. Aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Also wie gesagt, Bachelor müssten Sie haben und ich sage mal, der müsste auch relativ gut sein. Die Idee dahinter ist eben auch, also relativ gut ist, ich werde halt immer wieder gefragt, also jetzt nageln Sie mich hier nicht auf einen Punkt fest, aber ich sage mal, eine gute Zwei sollte es schon sein, weil die Professoren, die schicken Sie halt ins Ausland und man will sich jetzt halt ungern mit jemandem blamieren, der dann vielleicht jetzt doch die Grundvor-, also die Voraussetzung oder die ganze Basis jetzt nicht so kann. Also ich sage mal, ein Zweierabschluss wäre schon gut. Wenn der nicht Zwei wäre und Sie das jetzt super begründen können, also ich meine, deswegen lassen Sie sich da nicht abschrecken. Dann kommen Sie einfach vorbei und sagen Sie einfach ehrlich, was passiert ist. Ich meine, da gibt es ja immer wieder Dinge, weshalb es vielleicht auch nicht so gut war. Also ich habe da so ein Lieblingsbeispiel, das ist schon ein paar Tage her, aber da waren zwei Studenten, der eine war super, der gab an im Lebenslauf Segeln und Golfen als Hobby. Und der andere, der war nicht so ganz so super und er sagt, ja, er kommt halt aus dem Ausland, seine Eltern können ihn finanziell nicht unterstützen, er muss relativ viel arbeiten. Ich meine, der golfende Segler kann jetzt da natürlich auch nichts dafür, aber die haben dann zum Schluss beiden ein Stipendium gekriegt, weil sie es einfach ehrlich gesagt haben und man dann auch dieses Board, was dann letztlich auswählt, das auch mit einbezieht. Und es eben nicht nur, weil man schickt ja auch, die sagen halt auch, sie schicken halt eine Person ins Ausland und es ist nicht nur die Noten, sondern auch schreiben Sie ruhig in den Lebenslauf auch rein, was Sie für Hobbys haben, von mir aus auch Segeln und Golfen. Also ich meine, es sei Ihnen ja mehr als gegönnt, aber wie gesagt, einfach nur, weil man auch eine Person hinschickt und nicht nur jemanden oder die Professorinnen und Professoren natürlich gerne auch irgendwie jemanden hinschicken, der dann da auch in die Forschungsgruppe passt. Und das ist uns eben auch wichtig. Meine fließende Englischkenntnisse setzen wir voraus. Also wir fragen da auch nicht nach einem Test, weil wir sagen, wir sind ja hier nicht mehr im Kindergarten, also wir gehen jetzt davon aus, Sie geben sich jetzt nicht die Blöße, dass Sie da in den USA sitzen und verstehen Ihren Betreuer nicht. Auf der anderen Seite gehen wahrscheinlich auch viele von Ihnen, um dann auch die Sprache noch ein bisschen zu verbessern, vermute ich mal. Dann seite Sie als Informatiker, sage ich mal so, mit Englisch sollten Sie alle ja eigentlich kein Problem haben. Gehe ich jetzt mal von aus, hoffe ich mal. Ich gucke jetzt hier versucht streng. So wie gesagt, wir brauchen dann noch den Betreuer am KIT, an der Partner-Uni. Wie gesagt, kommen Sie zu mir, dann besprechen wir das nochmal im Detail. Okay, jetzt kommt halt noch die Sache, mit dem wir vergeben Stipendien gemeinsam zusammen hier mit Intel eben über die Baden-Württemberg-Stiftung. Und von daher wäre jetzt eben, dass die sich mit anderen, die Baden-Württemberg-Stiftung sich dann eben mit anderen Stipendien ausschließt. Also wenn Sie jetzt im Master schon ein Erasmus-Stipendium hatten, könnten Sie mit uns dann nicht mehr weggehen. Wenn Sie das Erasmus schon im Bachelor hatten, zählt es wieder neu ab Master. Also dann könnten Sie jetzt wieder mit uns dann auch los. Sie würden von uns eine finanzielle Unterstützung für maximal sechs Monate bekommen. Also wir gehen davon aus, Sie gehen für sechs Monate ins Ausland. Weniger möchten wir eigentlich auch nicht, weil wir auch sagen, also wenn Sie da jetzt, bis Sie da mal angekommen sind, also ist bestimmt, Christine, hast du bestimmt auch schon gesagt, also bis Sie da mal angekommen sind, braucht ihr dann doch vielleicht ein paar Tage, bis man dann so richtig loslegt mit der Arbeit. Sie bekämen von uns plus minus 1.000 Euro im Monat, hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Geld wir gerade haben. Manchmal fördern wir jemanden mehr, also eine Person mehr und dann kriegt halt jeder nur 850. Und manchmal kriegen wir ein bisschen mehr Geld und dann gibt es halt 1.050, irgendwie sowas um den Dreh, plus minus. Und was Sie auch bekommen, also ich sage es immer wieder gern, ist unsere liebevolle Unterstützung, da wir eben dann auch so einen engen Kontakt zu den Partnern haben und da auch bei der Wohnungssuche helfen können und bei den Visa. Ja, und von daher, also wir sitzen in dem, ja im gleichen Gebäude wie Internationales, hinten in der ehemaligen Kinderklinik, neben dem Informatikon und kommen Sie vorbei, rufen Sie mich an oder was immer, was immer nicht, viel mehr will ich nicht, also am liebsten wäre mir eine E-Mail oder ein Anruf und dann könnten wir zusammen schauen, wie wir Sie ins Ausland kriegen, würde mich freuen. Gut, das war es erst mal. Hallo, hallo. Okay. Ich hoffe, Sie sind noch aufnahmefähig, es ist auch gleich Schluss. Ich versuche mich zu beeilen. Okay, Erasmus. Also, Christine hat ja eben schon so ein bisschen erklärt, was so der Plan ist, wenn Sie im Ausland sind. Es geht nicht nur darum, dass Sie mit Credits nach Hause kommen, sondern dass Sie eine Erfahrung quasi machen. Und ich werde jetzt, ich werde versuchen, mich wirklich kurz zu halten und quasi über die ganzen Fristen, Bedingungen und Fördermöglichkeiten sprechen und das Austauschprogramm an sich. Ich fange jetzt mal kurz an, dass Sie einfach mal so einen Eindruck haben, wie das Prozedere so vor sich geht. Das ist nämlich relativ klar geteilt. Wir, das Isto, mein Name ist Marian Heier und ich bin jetzt seit einem Monat am Isto, am KIT. und wir sind quasi für alles administrative zuständig. Und, also, ganz grob gesagt. Und alles, was fakultativ oder alles, was die Fakultät betrifft, das sind zum Beispiel das Learning Agreement. Ich weiß nicht, wissen Sie, was ein Learning Agreement überhaupt ist? Hand hoch. Okay. Ganz kurz gesagt, ein Learning Agreement ist quasi ein Studienvertrag. Da führen Sie die Kurse auf, die Sie hier am KIT nicht belegen, sondern im Ausland und die eigentlich angerechnet werden sollen. Das ist quasi die Idee, dass Sie eine Garantie haben, ein Dokument, das belegt, dass diese Credits, die Noten, die Sie im Ausland nachher bekommen, auch am KIT angerechnet werden. Wie gesagt, also wir sind für alles administrative und alles akademische ist dann Ihrer Fakultät zuständig. Das ist relativ klar geteilt. Wir sind für allgemeine Fragen zuständig, für die Nominierung an Ihrer potenziellen Gasthochschule. Das heißt, wir informieren den Partner, wenn Sie bei der Fakultät ausgewählt worden sind, weil eine erste Selektion passiert in der Fakultät. Das heißt, Sie bewerben sich bei Ihrer Fakultät, werden ausgewählt. Das ist der erste Selektionsprozess und dann übernehmen wir, weil Ihnen muss klar sein, nur weil Sie hier am KIT ausgewählt worden sind, heißt das nicht, dass der Partner Sie auch akzeptiert. Also in 99,9% der Fällen schon, aber Ihnen muss klar sein, dass Sie sich dort womöglich auch nochmal neu bewerben müssen. Oft ist das einfach nur eine Formalität, aber trotzdem, dass Sie wissen, es gibt zwei Bewerbungsphasen sozusagen. Die erste hier am KIT, an Ihrer Fakultät und die zweite dann beim Partner. Genau. Genau. Erasmus muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich denke, das ist ein Begriff, existiert seit den 80er-Jahren. Die Zahlen sind etwas größer als jetzt bei Interact. Ich glaube, knapp 13 Millionen Teilnehmer mittlerweile. Also das, genau, kurz dahinter. Genau. Ja, und die Förderung von Hochschulkooperationen, also es geht nicht nur um die Studierendemobilität, sondern Lehrpersonal, Verwaltungspersonal kann eben auch ausgetauscht werden. also Erasmus ist jetzt Erasmus Plus seit 2014 und hat dort viele andere Projekte und ist sehr viel komplexer, größer und vielfältiger geworden. Ich gehe nachher nicht auf die Top-Ups ein. Das macht dann mein Kollege. Es gibt eine zweite Präsentation am 5. Dezember. Der geht dann genauer auf die ganzen anderen Fördermittlichkeiten ein. Ich werde das nur ganz, ganz kurz ansprechen. Genau. Grundsätzlich ist es so, dass Sie mit Erasmus in allen drei Studienzyklen ins Ausland gehen können, und zwar während Ihres Bachelors, des Masters und wenn Sie dann auch promovieren, eine Promotion. Aufenthalt ist zwischen zwei und zwölf Monaten im Ausland. Das Isto hilft Ihnen bei der gesamten Vorbereitung der Nominierung und der Durchführung des Aufenthaltes. Sie werden immer von den Studiengebühren beim Partner befreit. Sie zahlen ganz normal die Studien- oder Einschreibgebühren hier beim KIT, zahlen nichts bei der Partnerhochschule. Dann, wie gesagt, durch das Learning Agreement, dass die Studienleistungen dann auch angerechnet werden, wenn Sie wieder zurückkommen. Ich weiß, dass das hier ein etwas schwieriges Thema ist, aber das können Sie uns gerne kommunizieren. Wir müssen einfach nur Bescheid wissen, dass wir dann eben auch Druck machen können, weil das eigentlich nicht okay ist. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, aber es geht darum, dass Sie diese Studienleistungen angerechnet bekommen. Genau, dann können Sie auch Ihre Bachelor- oder Masterarbeit im Ausland schreiben und genau, der letzte Punkt ist vielleicht der interessanteste für Sie, die finanzielle Förderung. Teilnahmebedingungen ist relativ einfach. Sie müssen einfach als regulärer Student hier am KIT eingeschrieben sein. Ich denke, das ist bei Ihnen allen der Fall. und bei den Sprachkenntnissen sollte Ihnen bewusst sein, die Unterrichtssprache kann von der Landessprache natürlich abweichen. Deswegen empfehlen wir, oder es ist wünschenswert, wenn Sie zusätzlich Sprachkenntnisse in der Landessprache haben, aber die Lehrsprache, da müssen Sie sich auch wirklich ganz klar informieren. Man erlebt es immer wieder, dass Studierende gerne nach Barcelona gehen. Schwierig mit dem Castellano und Katalanen. Das sollte Ihnen schon klar sein, was die Lehrsprache oder die Landessprache ist und da sollten Sie schon Grundkenntnisse oder gute Kenntnisse. Die meisten Hochschulen erwarten B2-Niveau oft, aber in Englisch schon eher C1. Genau. Sprachtest, da gibt es den Töffel, da gibt es den DELF. Sie können im Sprachzentrum auch einen Test machen. Ihnen muss klar sein, das Abitur ist quasi nur bei der Bewerbung hier am KIT für die interne Selektion akzeptiert, aber nicht grundsätzlich bei der Partnerhochschule. Also da brauchen Sie dann einen richtigen Sprachtest oder Sprachnachweis. Genau, da müssen Sie sich wie gesagt rechtzeitig darum kümmern, sich informieren, was die jeweiligen Sprachkenntnisse sind, welches die Bewerbungsfristen sind und entsprechend auch Ihre Sprachkenntnisse wenn nötig aufbessern, dass Sie da gut starten, weil im Endeffekt schneiden Sie sich ins eigene Fleisch. Also ich glaube, es gibt nichts Frustrierendes, wenn Sie dann nachher in der Vorlesung sitzen und nicht klarkommen. Okay. Genau, Sie müssen mindestens zwei Jahre hier am KIT studiert haben, das heißt, Sie würden dann zum fünften oder sechsten Semester ins Ausland gehen. Bei Masterstudierenden geht es schon ab dem ersten Mastersemester und wir empfehlen eher einen einjährigen Aufenthalt, das wurde eben auch schon angesprochen, Ihnen muss klar sein, Sie kommen an, Sie brauchen zwei, drei Monate, bis Sie wirklich Fuß gefasst haben, bis Sie wissen, wie es läuft, bis Sie angekommen sind und dann gehen Sie schon wieder, weil der Aufenthalt ein Semester sind meistens fünf Monate und die gehen wirklich schnell rum. Deswegen empfehlen wir, dass Sie ein Jahr gehen. Ich muss dazu gestehen, wir können die Info immer relativ spät, ob wir ein zweites Semester, also ob das Isto ein zweites Semester finanzieren kann, aber grundsätzlich ist es schon besser, wenn Sie einen ganzen Zyklus, also ein ganzes Jahr im Ausland sind. Das liegt auch daran, dass viele Partnerhochschulen nicht nach Semestern, sondern nach Studienjahren orientiert und aufgebaut und strukturiert sind. Deswegen genau. Und die Mindestdauer sind zwei Monate, 60 Tage. Das ist jetzt neu. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir versuchen wirklich aktuell so viele Verträge wie möglich noch abzuschließen. Es müssen viele Verträge erneuert werden. Das ist leider extrem zeitaufwendig mit der tollen Digitalisierung der Europäischen Union. Deswegen kann ich Ihnen jetzt keine aktuelle Ansicht zeigen. Das ist, wenn Sie in Mobility Online gehen, da sehen Sie jetzt aktuell noch die Verträge, die jetzt bis dato 2023, 2024 gelten. Und die meisten werden auch erneuert. Aber wir können da jetzt noch keine Garantie geben. Wie gesagt, wir hängen dahinter. Wir machen quasi, was wir können. Und ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vertrag nicht verlängert wird, ist sehr gering. Aber wir können es nicht ausschließen. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt gerade keine aktuelle, schöne Übersicht zeigen. Genau. Einfach und einfach. Während der Bewerbungsphase vor Erasmus. Der 1. Dezember bis 15. Januar. Schau regelmäßig rein. Was ist möglich? Letztes Jahr, in der Zwischen der Bewerbungsphase, hat eine Universität ihren Vertrag abgesagt. Und ich muss ganz kurzfristig den Frauen an Studien informieren, dass es abgesagt war. Und ich möchte, dass sie die Möglichkeit haben, die Punkte ohne was geht, auszuwählen, dass man möchte hingehen und eine Chance haben, stattdessen eine Chance zu klären, weil das kürzlos sich abgewacht war. So einfach, bitte rechnen, dass sie reinschauen. Aber wir werden auch Sie informieren, wenn wir mehr Versuche an den Ende brauchen. Ja, also wir versuchen, wie gesagt, immer Lösungen zu finden. Aber wenn ein Vertrag nicht verlängert wird und der Partner wirklich kein Interesse hat, aus welchen Gründen auch immer, ist es ein bisschen schwierig. Aber wir versuchen dann natürlich wirklich auszuhelfen, soweit wir können. Die Bewerbungsfrist, wie gesagt, für die interne Selektion ist, soweit ich weiß, am 15. Januar und läuft dann auch über Mobility Online. Genau. Das heißt, Sie müssen sich nur an einer Stelle bewerben und nicht mehr nach der Platzzuteilung, die Sie über die Fakultät bekommen haben, dann nochmal sich beim Isto melden. Und das läuft dann einfach alles über dieses Mobility Online Tool. Genau. 15. Januar hatte ich ja schon erwähnt. Und das ganze Verfahren finden Sie dann auch auf der Webseite der Fakultät. Da ist alles gut erklärt. Müssten Sie einfach nur lesen und den Anweisungen folgen. Genau. Die, genau, das hatte ich ja schon mehrmals gesagt, die Platzzuteilung erfolgt dann bei der Fakultät. Sie werden per E-Mail informiert und dann haben Sie eine Woche um entweder diesen Erasmusplatz, der Ihnen zugeteilt wurde, weil Sie können drei, bis zu drei Wünsche äußern, also Ihre Top Three. Fünf. Okay. Nice. Bis zu fünf. War mir neu. Okay. Und dann müssen Sie sich einfach entscheiden. Ihnen muss auch klar sein, diesen Platz, den Sie antreten, da hängt eine Förderung dahinter. Ich sage wirklich nicht Stipendium, weil Stipendium, es ist kein Stipendium. Es ist eine, wie nennen Sie, Mobilitätsbeihilfe. Ich muss dazu sagen, es wird nie alle Kosten abdecken. Wir haben da Summen gesehen, da kann Erasmus nicht mithalten, das sage ich ganz klar. Aber es soll eine Hilfe sein, die Sie, Sie werden auch mehr Kosten haben. Also das muss Ihnen schon klar sein, die Sie da unterstützt, aber es wird nie alle Kosten abdecken. Und dadurch, dass da eine Förderung hinterher ist, diese Förderung, wenn Sie den Platz antreten, akzeptieren und dann doch stornieren oder absagen, dann ist dieses Geld und dieser Platz ist weg. Wir können das keinem neuen Studenten dann irgendwie zur Verfügung stellen, sondern das ist halt eben verloren. Deswegen wäre es ganz gut, wenn Sie sich wirklich gut informieren und wirklich gut überlegen, was Sie genau machen müssen. Also Sie haben ja jetzt wirklich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Von daher immer in einem Bewusstsein machen, ob Sie das wirklich wollen und auch dahinter stehen. Genau, die Bewerbungs-Dateline ist eine für das ganze Jahr, das heißt, sowohl für Wintersemester, Sommersemester oder, wenn Sie das ganze akademische Jahr gehen wollen, wie gesagt, der 15. Januar. Genau, das hatte ich eben schon angesprochen mit dem Rücktritt. Und man kann alles erklären, wir sind da auch wirklich sehr kulant. Von daher, wenn Sie begründen können, warum Sie diesen Erasmus-Platz jetzt doch nicht annehmen oder warum Sie abgesprungen sind, werden Sie selten irgendwelche Probleme haben. Also wir müssen einfach nur Bescheid wissen. Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass Sie ganz klar und transparent sind und einfach kommunizieren und sagen, ich kann nicht aus dem und den Gründen und dann werden Sie auch nicht gesperrt. Weil wenn Sie den Platz nicht antreten und keine gute Begründung haben, dann werden Sie quasi für das nächste akademische Jahr, das Folgejahr, für alle zentralverwalteten Austauschprogramme, also Übersee und Erasmus eben gesperrt. Ich hoffe, ich mache Ihnen jetzt gerade nicht zu viel Angst, mit Erasmus ins Ausland zu gehen. Okay, genau. Ich hatte ja die Summen schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist so, dass das von der Europäischen Kommission in drei Kategorien, drei Ländergruppen geteilt ist. Da sehen Sie ganz klar, die Summen, die sind jährlich national festgelegt. Also da können wir nichts machen. Und die ganzen skandinavischen Länder, die Länder grundsätzlich mit den höheren Lebenskosten, sind Kategorie 1, 600 Euro. Und dann ist das so gestaffelt. Die zwei ersten Kategorien werden drei Monate gefördert, vier Monate und Kategorie 3, fünf Monate. Das finden Sie auch alles noch auf der Webseite des Isto. Wir empfehlen natürlich immer ein bisschen Geld zur Seite legen, weil Sie gerade am Anfang Ihres Aufenthalts hohe Kosten haben werden. Und die Rate, die Sie, die Erasmus-Rate der Förderung, die Sie bekommen, die wird in zwei Raten ausgezahlt. Das heißt, Sie bekommen 70 Prozent der ersten Rate, wenn Sie vor Ort sind, wenn Sie angekommen sind. und wir wissen, okay, Sie sind eingeschrieben, Sie starten jetzt quasi Ihren Auslandsaufenthalt und den zweiten Teil, den bekommen Sie dann, wenn Sie zurückkommen. Das heißt, Sie werden am Anfang, ja, ziemlich viele Ausgaben haben und dann ist es immer ganz gut, wenn Sie entweder was zur Seite gelegt haben oder einen Nebenjob haben während des Aufenthalts oder davor. Wir haben jeden Monat Online-Videosprechstunden, zu denen Sie jederzeit reinkommen können. Die finden Sie auch auf unserer Webseite. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie das Isto auch jederzeit anrufen, E-Mail schreiben oder zu uns ins Büro kommen. Viele Kollegen sind zwar auch im Homeoffice. Ich bin aber meistens da. Wenn ich antworten kann, antworte ich sehr gerne. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, dann werde ich es rausfinden für Sie. Genau, morgen ist die nächste Infoveranstaltung, wie gesagt, von drei Uhr bis vier Uhr. Und ansonsten haben wir auch eine HiBi-Sprechstunde, die auch auf der Webseite zu finden ist. Genau. Ja, gut, die aktuellen. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank. So. Ich werde dann von der Sicht von unserer Fakultät reden. Wie Sie haben gesehen, es gibt mehrere Möglichkeiten mit Erasmus, in Übersee, in Interact. Was wir werden deutlich empfehlen, ist einfach zu schauen. Wir haben auch nicht über alle Programme heute geredet. Das heißt, es lohnt sich, auf die Webseite zu gehen und schauen, gibt da Praktikum im Ausland, gibt da andere. Universitäten, Austauschprogramme, dass ich können, daran teilnehmen. So. Ich will sagen, für unsere Fakultät, spezifisch zu der Erasmus-Bewerbung jetzt. Was ist wichtig, ist, dass du bist als ein Studi immatrikuliert an KIT. Hey, wenn sie bewerbt sich für Erasmus auf unserer Fakultät, Informatik, Lehramt, Informatiker können bei uns bewerben, die Wirtschaftsinformatiker. Gibt da Wirtschaftsinformatiker hier heute? Gut. Sie können nur auf unserer Fakultät bewerben oder WIWI-Fakultät, aber nicht gleichzeitig beide. So, bitte entscheidet, auf welcher Fakultät man bewerbt sich. Es gibt einen Grund. Eins, wir haben WIWI-Fakultät und Informatik-Fakultät, haben verschiedene Verträge. Auch wenn sie werden gleichzeitig bewerben, bekommt eine Platz von beiden Fakultäten, Fakultät für verschiedene Universitäten. Denn man würde dann eins von diesem Platz absagen. Und das bedeutet, dass jemand anderes dieses Platz nicht bekommt. Deshalb haben wir diese Regelung. Da ist einfach die beste Chance, für mehreren Studis im Ausland zu gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Bewerbungsfrist, 15. Januar. Und ich meinte, 15. Januar. Wenn ich etwas am 16. Januar bekomme, leider kann ich das nicht nehmen. Wir werden dann regelmäßig reinschauen und gucken. Und wenn man hat Fragen, man hat sich informiert, können Sie gerne eine E-Mail an Exchange schicken und einen Termin mit mir ausmachen. Und wir können zusammen schauen auf die Bewerbungslager etc. Einfach, dass Sie haben genug Information, dass man gut informiert ist, wenn man bewerbt sich. So, ich will sehr gerne ein bisschen zu, was man braucht für die Bewerbung. Wir haben schon ein bisschen über Sprachnachweis geredet. Ich habe das jedes Jahr, dass Leute sich ziemlich spät darum kommen. und dann habe ich das nicht rechtzeitig abzugeben oder ich kriege die Woche vor oder Tag vor. Ich habe noch nicht meinen Sprachnachweis. Was kann ich tun? Ein bisschen gestresst. Empfehlungswert ist jetzt daran zu kommen. Sie können bei dem Sprachzentrum anmelden für einen Test. Die Englisch-Tests sind ziemlich schnell voll. Das heißt, vielleicht jetzt heute das zu machen, wenn man bewerbt sich in die kommende Semester. Lebenslauf ist gebraucht. Wir wollen auch einen Motivationsbrief. Und was ich glaube, ist auch wichtig, ist schon erwähnt, wir schauen auf die Noten, aber Noten sind nicht alles. Wir schauen auch auf den Leistungspunkt, wie viele Leistungspunkte haben sie gebracht, in welcher Fachsemester sie sind. Und dann haben wir ein Algorithm, das dann überliegt das ein bisschen, dass man fair bewertet, jedes Personen. Und die andere Sache natürlich, ist, wenn ich zwei Leute für einen Platz für eine Universität habe, lese ich den Motivationsbrief mehrmals. Das heißt, Motivationsbrief lohnt sich, das gut zu schreiben. Ich brauche keinen Fünfblätter-Motivationsbrief, aber ein, zwei Seiten ist okay, Stichpunkt können sie auch. Aber was wir erwarten, ist, dass man hat vielleicht auf den Partnerhochschulen schon geguckt, was ist möglich für mich da, warum würde ich da hingehen, was bringt mir das, wenn ich das mache, vielleicht welche Leistungspunkte könnte ich vielleicht hier am Kitee belegen, oder wenn ich bin im Bachelor, was würde mich helfen in meinem Masterprogramm, oder wenn ich bin im Master, was würde mich helfen, wenn ich möchte promovieren. Wie erwähnt, wenn Sie sind ausgewählt für einen Platz, man muss den Platz nehmen oder nicht. Das ist, wenn ich keine Rückmeldung eine Woche danach habe, werde ich einfach Sie ablehnen und diesen Platz weiter anbieten zu jemand anderem. Deshalb, Sie sollen regelmäßig in die E-Mails schauen und gucken, sagen wir, es können ein paar Wochen dauern, bis sich die Auswahl machen, aber Sie sollen regelmäßig in die E-Mails reinschauen, die Ergebnisse bekommen, ob man ausgewählt oder nicht für einen Platz ist. Und nur zu sagen, ich lehne keine Personen ab, ich habe alle Plätze ausgegeben und für den Fall, dass jemand etwas abgelehnt hat, kann ich dann das auf jemand anderes geben. Deshalb warte ich auch. Das heißt, vielleicht werden euch nicht alle eine E-Mail auf demselben Tag bekommen. Ich glaube, was ist auch wichtig, ist zu wissen, was kann ich entdecken, welche Hochschule könnte ich da hingehen, etc. So, es gibt auf Mobil, die Online-International-Students-Webseite, Informationen, aber auf unserer Seite haben wir eine schöne PDF mit Informationen zu den verschiedenen Universitäten. Das ist möglich, es ist auch für Bachelor-Studies und Master-Studies, was ist möglich und auch was die Infosprachniveau ist. So, F sind First Cycle, Bachelor, S sind Master-Studies. So, was ist wichtig, ist zu merken, zum Beispiel bei Granolbel haben wir fünf Plätze, das sind für 50 Monate, das heißt, dass dann jedes Platz wieder 10 Monate bekommen. Aber als ein anderes Beispiel haben wir hier in Marseille zwei Plätze, aber nur 10 Monate. Das heißt, dass ich könnte jemanden schicken für ein ganzes Jahr oder ich kann das trennen zwischen zwei Leuten an jemanden in Wintersmester schicken und jemanden in Sommersmester schicken. Aber ich kann es nicht zwei Leute in Wintersmester schicken und zwei Leute in Sommersmester schicken. Es ist wirklich gering und ich kann es nur, wenn ich das auf zwei Plätze teile, ich kann nur ein Semester pro Person anbieten. So, man muss richtig diese Tabelle lesen zu gucken, was ist möglich. Ich denke, es ist immer sinnvoll, ein Beispiel zu haben, wie kompetitiv es ist in unserer Fakultät und auch wie viele Leute bewerben sich. im Januar 2022 hätten wir 70 Bewerber und wir haben 59 Platz gegeben. Letztes Jahr haben wir 99 Bewerber gehabt mit 78 Platz gegeben. Es ist auch wichtig zu überlegen, wenn ich mich für eine Partnerhochschule bewerte, wie ist die Möglichkeit, dass ich einen Platz bekomme. Ein gutes Beispiel hier ist KTH. Es ist unsere allerbeliebste Universität von unseren Informatikstudien. Und Sie sehen, in 2021 haben wir 31 Bewerbe, 22, 30 im letzten Jahr 54. Ich habe, wenn Sie das sehen, einen Platz für das ganze Jahr oder ich kann es teilen zwischen zwei Leute, ein Semester pro Person. Das heißt, man muss richtig gucken, habe ich einen guten Notenschnitt, habe ich viel Leistungspunkt gebracht, in welchem Fachsemester bin ich und einen guten Motivationsbrief. und deshalb ich finde das wichtig, dass man hat das als Information, dass man dann sagt, okay, vielleicht habe ich einen zwei Notenschnitt, ja, wahrscheinlich würde sie nicht die Platz am KTH bekommen, aber vielleicht man bekommt bei Skufte einen Platz, wenn man interessiert sich für Schweden. Man muss ein bisschen reinschauen, was wäre für mich möglich, was erhöht die Möglichkeit, dass ich einen Platz bekomme. Wir haben schon über Sprachkenntnis besprochen, das heißt, ich springe das rüber. Für weitere Informationen zu Erasmus in Semper, dann bitte QR-Code, das bringt Sie direkt auf unsere Webseite, wir werden auch im Dezember, am 5. Dezember eine Info-Fahrungs- Anerkennung haben, wo wir wieder in mehreren Informationen deutlich reingehen. Für einige Studis sind auch die Frager Berufungsvereinbarungen in Anerkennung. Da sind viele Informationen auf die Fakultät für Informatics Seite unter den Informatics Studiengang Services FAQ. Wir empfehlen, dass Sie das lesen. Ich will auch nicht so viel Zeit nehmen, weil wir sind ziemlich lang im Präsentationsmodus. Vielleicht möchte ich Fragen stellen und dann nach Hause gehen. Ich würde das überspringen ein bisschen, aber wir werden die Folien auf unsere Webseite hochladen. Sie können das auch lesen. Wir werden auch die Video hochladen. Ich würde nur hinweisen, es gibt auch die Erasmus Student Network hier am KIT. Das sind für Incoming und Outgoing Studierende und das sind auch ein guter Platz mit Leuten auszutauschen, was ihre Erfahrungen war im Ausland mit Erasmus Tipps zu bekommen, einfach für die Bewerbung als auch dann die Module auszuwählen, bei die Partner Hochschule. Ich werde dann sagen, wir sind jetzt zu Ende des Präsentationsmodus und wir gehen in die Fragerunde jetzt. Mit das letztes Wort von Frau Geder werde ich unsere Infophanstellung enden. Für Sie, das war hier im Hürza, auch online, die ganze Zeit, vielen Dank für eure Mitmachen und ihre Zeit und für die Präsentatorin Vielen Dank für eure Zeit auch. Schönes Abend noch. Vielen , Vielen , Vielen , Vielen Dank.